Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zurück in Elden Ring. Wir haben gerade rausgefunden, wenn uns ein Gegner noch nicht entdeckt hatte. Beursachen Angriffe mehr Schaden als normal. Was auch immer das heißt. Wir probieren das jetzt mit einem... Alter, fängt mir da richtig gut an. Fängt mir da richtig gut an. Aber die Grafik scheint immer noch zu viel zu sein. Spätestens, wenn der so krasse Attacken macht. Dabei habe ich ein paar Hauptdinger runtergestellt in der letzten Folge. Müssen wir mal schauen. Vielleicht muss ich nochmal was runterstellen. Dazu muss ich aber immer ins Titelmenü. Also die Fähigkeit macht 194 Schaden. Insofern macht sie gar nichts. Alter. Frame Drops. Zurück. Ich werde hier voll Misshandlung von denen. Also eigentlich werde ich von den Frames misshandelt. Was geht denn da ab? Okay, wir stellen nochmal runter. Eine Sekunde. Okay, also das sieht schon ein bisschen anders aus jetzt. Mit der Grafik auf niedrig. Alter, wie das flackert. Shader was? Okay, das sieht schon ein bisschen schrecklich aus. Aber wenn ich damit ihn töten kann. So weit, so gut. Oder auch nicht. Das sind die Pferde. Die Fähigkeit, die Landschaft zu demolieren, bin mir relativ sicher. Also die Pferde. Wie viel besser ist es nicht auf der Stufe. muss ich ehrlich sein es sieht nur schlechter aus also die frames die sind noch nicht mehr schön ach komm dabei hatte ich noch zwei reinträge aber wir sind genau bei der hälfte aber das war jetzt nicht besser mit der grafik das hat gar nichts geht gar nicht null nada deshalb werde ich das direkt wieder umstellen ist gleich müsste die auflösung wieder gut sein ja weit was besser hier ja weiter ist besser zudem greife ich zuerst mit der fähigkeit an ich mit der immerhin treffen ich kann nur sieben schaden ich hab mir gerade den arsch gerettet Perfekter Moment. Ich muss weg. Ja, 31 Schaden gegen sein Schild. Wow, komm, was war das? Das sind unzerstörbare. Vielleicht ist das das Problem, diese unzerstörbaren Pfähle. Och komm, jetzt hat mich das Ding nur noch kitzelt. Also ich finde es schrecklich. Ich finde es schrecklich, diesen Framedrop gegen den Gegner, muss ich echt sagen. Ich versuche ihn mal auf den anderen Hügel hochzutreiben. Irgendwann, irgendwie. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Boah, komm. Ja, immer wenn er in diesen Pfeilen steckt, leckt er. Dann bitte noch jemand meine Nachricht beantworten. Alter. Nice. Alter. Nice. Alter. Alter. Jetzt habe ich mich mit deinem Pferd im Arsch hier zu erwischen. Jetzt habe ich mich mit deinem Pferd im Arsch hier zu erwischen. Jetzt habe ich keine Heimdinger mehr. Jetzt habe ich mich mit deinem Pferd im Arsch hier zu erwischen. Jetzt habe ich keine Heimdinger mehr. Jetzt habe ich mich mit deinem Pferd im Arsch hier zu erwischen. Nee, nicht Vorsicht vor. Was machen wir denn hier? Ist das ein... Leute? Freund. Äh... Jetzt kann man da noch mal machen. Zeit für... Aktionen. Gibt es ja Handel oder sowas? Zeit für... Ah, Situationen. Hier ist es. Zeit für... Ah, Konzepte. Zeit für... Gibt es hier Handel? Irgendwie sowas wie Handel. Resignation. Oh Gott, das sind ja echt viele. Zeit für... Jetzt wurde meine Nachricht bewertet. Zeit für einen stillen Verbündeten. Machen wir noch eine Geste rein. Jetzt nicht die beste Nachricht aller Zeiten, aber es ist... Jetzt hoffen wir, dass wir damit unsere... Dinge erhöhen. Jetzt will ich hier noch mal eine Nachricht reinpacken. Und zwar lang... Hier ein Ding. Und zwar ein... Komm. Nee, hier. Eine Affinität. Nee. Situation. Witzenswerter Punkt voraus. Machen wir das. Jetzt haben wir zwei Nachrichten hier. Und dann noch die andere. Vielleicht. Oh ja, okay. Jetzt hat er uns schon gesehen. und dann gehen wir Fascism. Oh ja. Oh ja. Oh ja. still richtig blöder baumwächter weiß noch nicht mehr welchen baum du bewachst bei mir ist baumwächter und was macht der reißt bäume ein ja 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 Oh. Das ist ja so ein toller Moment. Wenn er jetzt hier mal die Nachricht bewerben könnte, bitte. Ah, komm. Man, schützt Kinder. Okay. Okay. Ja, course I care. Geht daneben. Ah, komm. Ich sehe nichts in diesem Wald aus Lag und Wald. Ja, da ist die Nachricht wohl bewertet. Ja. Perfekt. Ah. Komm bitte noch irgendwen in eine Nachricht. Ich sehe nichts. Ah. Oh Gott, ich bin tot. So gut wie. Hahaha. Oder auch nicht. Ich habe keine Heilung mehr. Hey, wie hat er mich jetzt gerade erwischt? Okay. Vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen kombinieren. Kombinieren. Oh. Äh. Tö, 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 tö. Nein, was habe ich gerade getan? Ich wollte eigentlich die Rova-Frucht einsammeln, hier nicht Dingsbumsen, Rögtrinken. Kann ich das nochmal machen? Ach Gott. Neuer Versuch. 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 doch getroffen voll daneben ach komm, ich seh halt nichts was passiert, weil alles in Zeit wird nicht passiert so ein Scheiß oh, gerade noch erwischt oh komm ist er gerade rumgefallen? ah nein jetzt bin ich tot außer irgendjemand bewertet jetzt noch eine Nachricht von mir oh komm das Pferd hat mich nicht mal berührt das war mein bester Run soweit beste Run bisher wir machen heute eine lange Folge daraus dann mache ich diesen Baumwächter fertig kann mich mal ok wird eine längere Folge wird eine längere Folge noch längere Folge ach ja was was Brechung, Verhaltung Grenzen des Abwehrens wird gern wissen wird gern wissen äh wie man pariert oder wie man wie war das nochmal Kick noch vom Pferdruck es wird wahrscheinlich nicht beim Boss gehen aber auf geht auf 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 volle konzentration jetzt hat er mich wieder zum pferd niedergeschlagen ja ein drittel Kammer. Nein, zurück. Der mag das, mit seinem Pferd umzufallen. So ein bisschen noch, so ein bisschen noch, man, so ein bisschen, bisschen, bisschen noch. Vier Heiltränke hatte ich noch. Ah, komm. Mensch. Ah, geh weg, Ziege. Ach, was auch immer, ist mir egal. Geh weg. Darf dich nicht anvisieren. Musst den anvisieren. Oh. Oh. Ja, komm her. Ah, komm. Ich hab grad ne. Ich hab ihn umgehauen. Wenn sein Pferd am Boden liegt, dann muss ich die Attacke machen. Die, die super Attacke. Und dann könnte ich, glaube ich, zu ihm hinlaufen und die umhauen. Okay, ich wusste, okay, wir haben ihn, wir haben ihn. Okay, wir haben was gelernt über ihn. Wir haben eine Schwachstelle gefunden. Jetzt muss man sich noch verifizieren. Dazu müssen wir's nochmal. Okay. Ich war, ich war grad noch voll am, am überlegen. Äh, wie immer da weitermachen. Ich bin grad voll auch so... Oh, okay. Okay. Nach... ...fünf Stunden streamen am Stück, merkt man, dass man nachlässt. Ja, was er will. Das ist halb eins. Okay. Nochmal soll ich noch mal ganz offen machen. Das ist halb eins. Nee, aber... ...verlangs sind es... Schon mal ganz offen, aber es wird alles recht. Oh, cool. Ich hab' ihn mit dir gemacht. Schön, ich hab' ihn mit dir gemacht. Ich hab' ihn mit mir wirklich gemerkt. Nou, kurz, ich hab' ihn mit dir gemacht. Komm' ihn mit dir gemacht. Also, ich hab' ihn mit dir gemacht. So, ich hab' ihn mit mir doch gespanset und erlangt. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Okay. So, gepilzt habe ich ihn. Ah, daneben. Ja, der ging auch daneben. Komm zurück. Du musst dich doch töten. Nein. Oh, nicht. Wow. Das Pferd war schon wieder hier so am... Hey, ich kipp mal einfach rum. Also genau das, was wir wollen. Dann wird hier irgendjemand meine Nachricht beantworten oder bewerten. Ach komm, direkt vor der Tür gestorben. Das ist doch jedes Mal das Gleiche, ey. Jedes Mal. Ah, Mensch, ins Kinder. Kirche von Ellie. Ellie. Von Ellie. Ellie. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Genau so sehe ich das auch. Okay, wenn wir treffen, machen wir damit 15 Schaden extra. Und wir behalten uns noch so eine... ...so eine Attacke vor. Ja, das ging voll daneben. Oh. Hey. Oh. Oh. Oh, komm. Nein. Ja. nein nein warum macht mich das pferd zweimal hintereinander ist das für ein pferd kann er doch noch bitte mal doch mal so ein so ein ding mit seinem pferd machen wo es umfällt ich bitte ihn das wäre der moment gewesen das wäre der moment gewesen wo wir hätten angreifen müssen um da reinzukommen man mann 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 ein bisschen macht das schaf immer teure anstatt ich weiß nicht wieso aber irgendwie klingt das schaffe ich ich hoffe Okay, aber wirklich Schaden konnten wir eben gerade nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Ich drehe mal. Läuft sehr gut gerade, okay. Neue, die goldene Elevare. Wieso kann ich die wieder nicht? Ja doch, okay, was fehlt mir da noch? 30 Stärke, okay, na gut, so jetzt sind wir da nicht. Meine nicht existenten Seelen haben wir zurückgeholt. Okay, wie viel habe ich denn? 2.200 habe ich bekommen. Habe ich da jetzt auch irgendwie von dem eine Seele bekommen? Ne, ne? Ne. Ah, wir können ja... Oh! Ah, ne. Jetzt dachte ich, da kommt gerade eine Katzin. Ah, wir brauchen noch 195 Seelen tatsächlich. Aber jetzt würde ich lachen, wenn er respawned hat. Ne, aber da hinten ist einer. Wie ich gerade. Guck mal da hinten auf der Kirche. Warte mal, mit dem haben wir schon mal gesprochen, aber wir nochmal hingehen, um zu gucken, was da los ist. Was das für einer ist. Und dann, dann... Oh, well done. Well done indeed. You made it through that entire mess. And off you trotted to the round. Oh, you don't have... Before the round table was chock full. I fear you've been terrible. I don't blame you. Why not earn a seat? Eh. To join the round table proper, you must with the two fingers. They are the purported mum. Hm. Yes. Challenge Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Decrepit he may be. Okay. But a demigod. Worse yet. I hear old soul. What's the matter? Aren't you supposed to be earning your place? Then you must face go without a great with the two fingers. Okay, also, wir kriegen von Godric, kriegen wir... Kriegen wir Runen. Oder eine große Rune, oder wie auch immer. Äh... Warte mal. Geht da irgendwie dran, dass, dass man wo fertig war? Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, auf wen wir in der Höhle des Wissens waren. War das andere nicht die, die, die andere Höhle? Friedhof der Gestrandeten. Äh... Dann waren wir ja schon mal hier, oder? Das weiß ich. Ja, da oben kamen wir runter. Okay, dann waren wir schon hier. Äh... Lass uns noch irgendwo 100... 195 Seelen besorgen, oder so. Vielleicht da? Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ganz ehrlich. Äh... T-t-t-t-t. Und dann... Ah, okay. Hier sind wir, okay. Das ist in Ordnung. Hier noch einen. Eigentlich egal. So... Okay, der ist nicht schlecht. Und stört einfach. Gibt genauso. Ich brauche nur eure Seelen. auch nicht wirklich alle stirb einfach das sind genug seelen jetzt reiht mir da hoch und dann sind wir fertig für heute muss ich tatsächlich sagen dann sind wir fertig so stufen aufstieg und zwar geschick werden wir noch besser werden mit dem spiel und danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal